Einen wunderschönen, gruseligen Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zu Demon Deceptions, ein neuer Fan-Mate vom Dark Deception Teil, was ich runtergeleitet habe. Wer es gerne vorher selber spielen wird, bevor er sich Spoiler lässt, der kann sich das gerne runterladen. Es ist kostenlos und legal. Also, wenn ihr wollt, lasst euch runter. Funktioniert. Wir gehen auf New Game und gucken, was uns hier erwartet. So, es ist wie das Letzte mit diesem Krankenhaus. Es ist auch wieder so ein Fan-Mate-Level. Und mal schauen. Meine Facecam ist wieder schön dunkel, um das Ganze atmosphärisch zu halten. Aber jetzt sehe ich gerade nur schwarz. Oh. Eine Tür. Oh. Help me. Ja. Ein Secret haben wir damit schon mal gefunden. Das ist doch, ne? Es ist cool. Was haben wir hier? Welcome. Don't you want to? Nein. Danger. Farbe. Okay. Do not miss Meetings. Great. Have fun. Oh, das ist eine Barriere. Okay. Hier sind auch wieder... ...Firgene Alice. Danger. Genau, um dieses Vieh geht's. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und wenn es aus dem Horrorspiel kommt, ich habe es ja nicht gespielt. Es ist mir vollkommen leid. Habe ich da ein bisschen verkackt. Okay. Okay. Oh, Barriere. Ich weiß nicht, was ich will. Um, das ist ein Plot-Twist. Äh, wir müssen uns mit der Barriere spielen spielen spielen. Senatmep. Ich muss mal ganz kurz. Ultra. Hi. Okay, also hier ist alles ein bisschen wenig dunkel. Okay. Ich habe die Stimme gehört. Ich habe vor allem diese Stimme gehört. Ich habe vor allem diese Stimme gehört. Ich habe vor allem diese Stimme gehört. Das ist das Vieh, was mich also töten will. Alles klar. Wie bin ich, wie ein Engel der Welt. Ich habe vor allem einen. Ich habe vor allem die Stimme gehört. Ich habe vor allem meinen, was ich mich für schonern? Okay. Ich habe wieder einen Stimme gehört. das ist die map sie ist die secret ok bisher ist cool oh shit oh shit oh shit oh shit run 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 ok 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 oh gott wir werden es schaffen 209 bisschen anstrengend ok 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 Aus Farbe. So, obere Stockwerk. Ja, der ist irgendwo hinter mir. Okay, okay, Digga. Oh, müsste es dann noch ein wenig? Okay. Light is dead. Light is dead. disease index 1. werden die zwei Jahre eraffen. D Asским- D Asetes- Mote größer als zwei squeals für den Trainer GU upon Obre. Healt die T Dancing Greed werden. Lägen Sieg mit der Krista- Lägen Sieg Sche inverseредte es Ihnen. No? Drei論 Sieg sind Ball- Schö jaką guaraf- Sieg mit der Krista- Erk lamentiert Du sagte es Sieglis? Was sagt er da eigentlich? Oh Gott, ich habe nichts gesehen. Okay. Hä, wo warst du? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Okay, jetzt stehen wir die ganze Zeit. Okay. Okay, ich sehe noch keins an der App gerade. Okay. 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 Ausgabe ... Okay, wo muss ich hin? Noch drei Stück. Zwei. Ob ich die Türen öffnen kann? Ich habe keine Ahnung. I will not allow you to destroy this world. Mystique, always was the blame of your victim. I will fight you, mortal. And no one can save you. I will fight you, mortal. And no one can save you from my endear. Sammy the little wolf is lost and can't find the crystals? So go and find them! Ja, finde ihn. Boah, ich bin gerade so doof. Hä, wo ist der letzte? Ich bin gerade so doof. 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 Ich bin gerade so da, wo ist der такой sch cues. Ich bin gerade so ARE weinigenst. Wie�� stored ihr von heaven can. Er ist repairst du in W flow. Es ist ein Marie fährt, in das heorcist. Ich bin gerade so。 Ich bin gerade so。 Okay, 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 okay. What? That wasn't in the script. Richard! Oh, Richard. Good evening. You know, the story is so beautiful. But it's okay that it will have to be redone, like this game. You think Rose is talking to you? Both yes and no. Yeah, I would say it was a relatively short game. I find it actually pretty cool. And pretty bad that it will not be carried out. On the way, I think that's pretty cool. Yeah, that was mine. Thank you for the support. We'll see you in a new video. Bye.